Willkommen zurück zu No Man's Sky. Beim letzten Mal sind wir hier auf diesen ganz kuriosen Planeten gelandet, wo es wieder Gras gibt. Es gibt Gras! So viel Gras! Und Bäume. Und wir haben hier als Zivilisation... Als Zivilisation haben wir Lebenserhaltungssysteme. Nein, wir haben hier die Korvax-Anwesen und haben hier mehrere hunderttausend Millionen dröfzig Ruinen gefunden, zu denen wir alle hindüsen wollen. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, inwieweit wir dort halt was finden werden. Inwieweit wir, ähm, sag schon, dort was über die Zivilisation lernen. Hier können wir nochmal landen. Weil da ist irgendwas zum Entdecken. Landebereich nicht frei. Du mich auch. Warte mal. Bitte warten. Bitte warten. Irgendwo hier... ...haben wir... Das ist krass. Wenn du hier zu Fuß hin willst, dauert das fünf Stunden. Das muss man sich mal reinziehen. Und dann gibt's vielleicht auch Leute, die... ...die so viel... ...Lust und Laune daran haben, einfach nur rumzulaufen, die Welt zu erkunden, dass sie tatsächlich die fünf Stunden auf sich nehmen. Für mich wäre das tatsächlich... ...muss ich zugeben, nichts. Ähm... Aber irgendwo hier war doch jetzt hier ein Punkt zum Entdecken da. Da will ich nochmal hin. Weil da konnte ich ja jetzt nicht landen, weil wegen Bäume. So ein, zwei Stück... ...mal hundert. Deswegen müssen wir halt da zu Fuß hin. Was jetzt auch immer... ...da unten sein mag. Eine Ruine. Ist ja passend. So... ...lernen wir hier vielleicht schon mal was über die... ...Dinger hier kennen. Aber jetzt aber auch hier nicht wirklich irgendwas... ...interessantes. Überreste von... ...None Rosen. Der gute Alte nur ohne Hosen. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt... ...und mich mit den Stimmen der Corvax-Echos erfüllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Ja, ihr auch. Mein Wissen über die Corvax-Convergenz wächst. Yay. Corvax-Wort für Virus gelernt. Mein Ansehen bei den Corvax hat sich auch verbessert. Ist ja toll. So, wir müssen halt nur noch irgendwie zum Schiff wieder kommen. Uah. Weil ich ja so toll geparkt hab. Zum Bittem nichts. Aber das kriegen wir hin. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hab keine Ahnung. So. Und nebenbei wollen wir ja immer noch unsere ganzen... Unsere ganze Ausrüstung verbessern. Unsere Waffen. Unsere... Oder unsere Waffe. Unser Schiff. Einfach alles. Einfach alles. Mal so ein bisschen, weißt du. So auf Vordermann bringen bei Gelegenheit. Allerdings ist es bisher noch nicht zu dieser Gelegenheit gekommen. So. Aber nichtsdestotrotz... Okay. Das sind einfach nur Felsen. Nicht irgendwie weitere Ruinen. Ich werde mich weiterhin da in die Richtung gegeben. Mal zwischendurch gucken. Vielleicht finden wir noch mal einen Inventarplatz oder so. Das wäre ja auch mal wieder ganz nett. Aber wir haben zwar inzwischen einiges an Inventarplätzen. Also wirklich einiges. Aber... Wenn man noch mehr kriegen kann. Warum nicht? Hier haben wir noch mal Corvacs. Die wohnen hier. Da drüben auch. Glaube ich. Achso. Hier haben wir nur so ein... Eine kleine Containersiedlung. Mit nur einem Container. Da wird nicht so viel drin sein. Aber... Da haben wir es auf jeden Fall erkannt. Auch wenn hier irgendwo... Ganz tolle Tiere sind. Ach hier. So Riesentiere. Die alle schon mal entdeckt wurden. Von diesen... Äh... Nils Polsky hier. Was haben wir denn hier? Also hier nix. Multiwerkzeug. Technologie. Die wir bereits kennen. Das ist so... Ja... Immer noch so. Dass wir jetzt inzwischen... Das meiste leider kennen. Wir müssen das halt nun mal langsam einbauen. Ne? So. Nebenbei haben wir so ein bisschen so als... Mit Anführungszeichen Hauptquest. Ähm... Einen Signalpunkt sollen wir finden. Einen bestimmten. Indem wir dann vorher einen Planeten scannen und sowas. Oder umgekehrt. Wie soll ein Planeten scannen? Ich hab keine Ahnung. Es ist... Ein bisschen her. Und die Anzeige unten rechts, die da manchmal erscheint, ist auch viel zu kurz. Noch so eine Containersiedlung. Aber auch ein Wissensstein. Soll sich auch lohnen. Na und ich möchte ja immer noch so ein bisschen was mehr über die Corvacs erfahren. Wir wissen... Die Gags sind... Eine Art Händler-Volk. Früher die Erstgebrüteten total aggressiv und sowas. Und niemand sollte sich dem widersetzen. Die... Die Wickeen. Kriegerisches Volk. Das ist ein großes Soldatenvolk. Das auch früher schon ehrenhafte Krieger waren und haste nicht gesehen. Und über die Corvacs wissen wir bisher nicht wirklich viel. Was ich weiß ist, dass die irgendwie so auf die... Die Suche nach den Lehren des Atlas sind und... Ja, im Prinzip sind alle gegen diese komischen Wächter. Also immer diese Wächter angestellt haben. Und was auch immer es mit dieser komischen... Äh... Substanz auf sich hat, die wir manchmal finden im verlassenen Gebäuden. Das weiß ich nicht. Dich haben wir? Äh... Da haben wir eine Pflanze. Super. Eine Pflanze, die ich entdeckt habe. Nicht jemand anderes. Nickpolski. Ja, meinetwegen auch Nickpolski. Ja, egal. Kein Dingens mehr hier in der Startschubdüse. Muss man auch mal ändern. Ähm... Dann wollten wir hier auch noch weitere von denen hier machen. Wo uns hier so ein bisschen was fehlt, meine ich. Äh... Elektronendampf haben wir. Ja... Aber auch nicht wirklich viel. Zink brauchen wir noch. Ach, ja. Ja, 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 ja. Ich auch nicht. So, aber jetzt erstmal ein Stückchen hier voran. Ich sehe jetzt auch keine große... Korvax-Siedlung, wo man davon ausgehen kann. Da wohnen 100.000 Millionen Höfzig. Von den ganzen Korvax. Bisschen näher über die Oberfläche vielleicht. Um zu sehen, was wir hier vielleicht und dort nochmal so finden können. Man weiß ja nie. Eine Unterwasser-Ruine. Okay. Mit sowas habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich gerechnet. Aber es soll mir recht sein. Wow! Oh! Okay. Alles gut. Aber auch hier unter Wasser hast du jetzt nicht so wirklich die Ressourcen. Wo man sich jetzt so denkt so... Boah, ne? Die möchte ich jetzt einsammeln, du. Die und keine anderen. Ne? Aber das ist hier so ein bisschen Mangelware. Und hier kann ich ja auch nicht mit dem Schiff landen. Das heißt, wir müssen hier jetzt ein bisschen so auf Tauschstation gehen. Beziehungsweise auf Schwimmstation. Und hier unter Wasser... Es sieht hier alles ganz nett aus. Aber du hast hier nichts. Bisschen Eisen. Bisschen Eisen. Noch mehr Eisen. Der Planet besteht einfach nur aus Eisen. Tatsächlich. Jedes Gesteinsgedönt, was du findest, ist aus Eisen. Hammer, ne? So, dann machen wir hier ganz kurz die Lebenserhaltung. Mal wieder auf Vordermann. Ja. Ui. Die Unterwasserwelt ist relativ unspektakulär, wie ich finde. Ich meine, das ist meine ganz persönliche Ansicht. Aber... Jo. Das sind auch keine Fische, das ist nur Dreck im Wasser. Ja komm, tauch auf. Einfach nur mit mal so langsam hier mal wieder aufgetaucht ist. Damit ich mal wieder ein bisschen Sauerstoff bekomme. Bevor wir da jetzt hier runter tauchen. Wo ich jetzt noch nichts finde. Aber da soll ne Ruine sein. Ähm. Ja. Voll die Ruine. Wahrscheinlich noch weiter unterirdisch. So irgendwie im Boden drin oder sowas. Gut. Ich kann hier aber leider nichts zerstören. Ich gucke hier gleich nochmal runter, ob wir da irgendwie eine Art Höhle haben oder so. Aber erstmal auftauchen. Ist ja doch schon relativ tief hier. Also relativ. Alles ein bisschen verschwommen hier. Hm. Ne. Hier sieht alles ziemlich fest aus. Oh. Ein Fisch, das der Nick Bolzke hier nicht entdeckt hat. Wow. Fehlen noch zwei Tiere. Was ist denn das? Achso, du bist ein Wächter. Ah. Ein Unterwasserwächter. Na prima. Da freut man sich ja auch. Die Frage ist halt jetzt. Gehe ich zurück zum Schiff? Oder suche mir hier dann so ein Schiff Rufpunkt Gedönsdingens? Aber meistens nicht. Es könnte ein bisschen lange dauern bis wir hier. Mal wieder Land in Sicht sehen. Aber ich glaube es ist inzwischen auch schon ein bisschen egal. Ob ich jetzt zurück zum Schiff gehe oder halt hier Richtung Land. Die sind alle entdeckt. Die sind auch alle entdeckt. Achso, das ist hier. Vom Scanner. Was hier halt dann noch so was fehlt. Wie, 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 wie. Ähm, zum Beispiel. Weiß ja nicht. So ein, so ein, so ein, so ein. So ein, so ein. So ein Tentake-Fies. So ein Unterwasser-Dingern. So ein Oktopode oder sowas. Ich muss zwar hier Tentake pflanzen, aber das war's auch schon. Nicht, dass ich auf Tentake stehe um Gottes Willen, ne. Aber. Nur mal so. Als Bleistift. Ist ja nur eine anregende Idee. Weiß da. Ist ja nur eine Idee. Und da hinten haben wir wohl wieder irgendwas Unterwasseriges. Allerdings. Befürchte ich. Dass das auch wieder nicht richtig angezeigt wird. Wobei. Doch, diesmal wird das vernünftig angezeigt. Okay. Eine Tafel. Schokolade. Okay, der ist entdeckt. So. Warum wir an der Stelle vorhin hier keine Ruine hatten, ist mir ein Rätsel. Beziehungsweise ich glaube einfach mal, es ist halt unterirdisch, unter der Erde irgendwo platziert. Aufgrund Weltgeneratoren und Hasse nicht gesehen. Kannst halt nix machen. Tribut an Asvesconec Efka. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht mein Verstand in die Erinnerung und Stimmen der Korvax-Echo. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Die Atlas-Schnittstellen treiben allein durch die endlose Leere und sie sind still. Sie sind unverständliche Fragmente eines uralten Ganzen. Und doch formt ihr Abdruck in Raum und Zeit unserer Existenz. Sie sind die Gleichung und das Leben ist die Antwort. Durch die Monolithen verleihen sie ihre grenzenlosen Bedeutungen und unsere eigenen ein Verständnis. Wir bitten um Hilfe bei der Sprache. Wir kriegen ein Wort für Daten. Mal ansehen, hat sich wahrscheinlich verbessert. Was ich hier so ein bisschen merkwürdig finde ist, sonst hast du bei den ganzen Schreien immer so eine Art Auswahl, was du denn tun sollst oder sowas. Das ist jetzt hier tatsächlich nicht der Fall. In einer Stunde. Auch fast eine Stunde. Ich hoffe, dass ich hier zwischendurch nochmal eine Station finde, wo ich mein Schiff rufen kann. Abgesehen jetzt hier von dieser, hey Mensch, da kannst du dir einen weiteren Außenposten aussuchen. Punkt. Nebenbei versuche ich hier auch immer noch Zink zu finden, wie zum Beispiel da hinten. Oh, das ist aber eine Höhle, du. Das ist aber eine Höhle, du. Das ist aber eine Höhle, du, 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 du. So. Ne, da ist es ja. Gelbe Pflanzen. Auf dem gelben Planeten. Hey, das ist ja prickelnd. Oh, das ist ja. Wie 창 Mohars. Die, da sind 80 Prozent.